Kannst du mal bitte sowas zu solchen Läden wie Taurus sagen? Bitte! Gesellschaft für Investmentberatung, MBH. Willkommen in einer neuen Ära. Ja, das ist wieder so ein Strukturvertrieb, Leute. Würde ich komplett die Finger von... Also, sorry, Moment, ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Ja, kompletter... Na, Spaß. Also, liebe Leute, was ist das? Das sind Strukturvertriebe. Das sieht man übrigens jetzt auch an der Werbung, an der deutschen Vermögensberatung, die jetzt meiner Meinung nach ziemlich geschmacklose Werbung machen zu Corona-Zeiten, wo Leute ihre Jobs verlieren, in Kurzarbeit sind und so hier genau, Krise, Chance. Jetzt gerade beruflich neue Chancen nutzen. Also, was euch bewusst sein muss, wenn ihr bei sowas anfangt, also bei so einem Strukturvertrieb, ist, dass ihr 100% auf Provisionsbasis arbeitet. Das heißt, ihr bekommt dort kein Fixgehalt oder bei den wenigsten kriegt ihr ein Fixgehalt. Ich weiß nicht, wie es bei Taurus oder Tekes ist. Auf jeden Fall bei der DVRG weiß ich, dass es dort kein Fixgehalt gibt. Beim AWD gibt es kein Fixgehalt. Bei den meisten gibt es kein Fixgehalt. Nicht, dass ich besonders sicherheitsorientiert wäre oder so, aber dadurch, dass ihr kein Fixgehalt bekommt, werdet ihr rein auf Provisionsbasis bezahlt. Das bedeutet, dass es einen inhärenten oder einen eingebauten Interessenskonflikt gibt. Denn man sagt euch, die Beratung ist kostenlos, aber de facto ist die Beratung nicht kostenlos, sondern wird einfach nur von den entsprechenden Anbietern bezahlt, die hier vertrieben werden. Und das ist eine Handvoll. Also glaubt denen nicht, wir sind unabhängig oder so irgendwas. Ja, also zumindest ist es bei der Deutschen Vermögensberatung so, dass es hier eine kleine Anzahl von Anbietern gibt, die hier angeboten werden können, nämlich alle aus dem Generali-Konzern. Ihr habt dann sehr starken Interessenskonflikt, dass ihr dort verkaufen müsst. Und am Anfang werdet ihr motiviert, dass ihr Freunde und Verwandte in die ganze Thematik reinzieht, dass ihr Freunde und Verwandte beratet. Und dann habt ihr natürlich einen starken Interessenskonflikt, auch denen Produkte zu verkaufen. Ob diese Produkte gut oder schlecht sind, das könnt ihr selbst beurteilen. ETFs gibt es dort schon mal nicht. Versteht mich nicht falsch, Versicherungsberater sind durchaus sinnvoll in gewissen Bereichen. Zum Beispiel, wenn ihr euch zum Thema Berufsunfähigkeit beraten lassen wollt, was ein sehr komplexes Thema ist, wo es Fachexpertise braucht. Da würde ich mich auf jeden Fall beraten lassen. Und da ist auch okay, wenn ein Berater eine Provision dafür bekommt. Was ich auf keinen Fall machen würde bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, diese Absicherung mit einem Sparprodukt zu mischen. Das ist eine sinnlose Kombination, die unnötig euer Kapital frisst. Berufsunfähigkeit soll das Berufsunfähigkeitsrisiko absichern. Kapitalaufbau wird über einen Kapitalaufbau gemacht. Zum Beispiel mit ETFs. Das hat in der Lebensversicherung nichts verloren. Ich will nochmal hier darauf zurückkommen, warum ich sowas derzeit ein bisschen geschmacklos finde, weil das hier so suggeriert wird, so nach dem Motto, hey, wir stellen super viele Leute ein, bei uns habt ihr eine Zukunftschance und so weiter. Aber nein, ihr müsst dort Finanzprodukte verkaufen, um dort überhaupt ein Gehalt zu beziehen. Also nicht mal ein Gehalt zu beziehen, sondern Provisionen zu beziehen. Von daher finde ich das ein bisschen absurd, den Leuten zu sagen, oh, ihr seid jetzt in Kurzarbeit? Hm, too bad. Warum kommst du denn nicht einfach Versicherungen verkaufen? Komm, jetzt habe ich mich schon mal warm geredet. Da habt ihr wieder mal einen Nerv getroffen bei mir. Deutsche Vermögensberatung, Geschäftsbericht. Kann man sich ganz einfach angucken, weil es heißt ja immer, nein, wir machen allumfängliche Beratung und bla, bla, bla. Aber wenn man sich die Aufteilung anguckt, wie die Provisionen verdient wurden, sieht man relativ schnell, dass das ein Versicherungsgeschäft ist. Da geht es hier echt nur um Versicherung. Der andere Teil ist wirklich marginal. Hier kann man das eigentlich ganz gut sehen, ja. Lebensversicherungsbestand sind 166 Milliarden, also an Bestand im Lebensversicherungsbereich. Investmentgeschäft, also Fondsvermittlung, sind 2,3 Milliarden. Setz das mal ins Verhältnis. Okay, gut, das ist das Neugeschäft. Ist nicht der Bestand dabei. Sehe ich jetzt nicht die Aufteilung vom Neugeschäft. Müsste ich mich noch mal ein bisschen reinlesen. Ah, hier, guck mal, Konzernergebnis. Passt doch. Also Neugeschäft, Bausparen, Lebensversicherung, Neugeschäft 17 Milliarden, Baufinanzierung 3 Milliarden, Investmentgeschäft 2,3 Milliarden. Genau, da seht ihr mal schon das Verhältnis, wo am meisten Geld verdient wird. Also in welchem Bereich, man sagt immer, ja, wir sind Allfinanzberater und wir können euch wirklich alles anbieten. Kleiner Spoiler, die können keine ETFs anbieten, beziehungsweise sie werden euch niemals ETFs anbieten, weil es gibt ja super gute Fondsmanager, in die man investieren sollte. Von daher machen ETFs überhaupt keinen Sinn, das ist so die Argumentation. Aber hier 17 Milliarden Lebensversicherungsgeschäft, ja. Ein Geschäft, was mehr oder minder tot ist. Zumindest sind wir, in Deutschland haben wir viel zu viele Lebensversicherungen. Und Bausparen, ganz im Ernst, also 2,2 Milliarden Abschlusssumme, also Neugeschäft, haben die gemacht mit Bausparen. Gut, Baufinanzierung ergibt Sinn, Investmentgeschäft auch ein relativ kleiner Teil, ne, von dem Gesamten hier. Das sind die Entwicklungen der Bestände, Umsatz und wie viele neue Mitarbeiter, in Anführungszeichen, hier angeworben wurden, wird hier jetzt nicht gezeigt. Also Leute, das hier ist jetzt nochmal einer, der hier, wie gesagt, dieses Taurus, kenne ich überhaupt nicht, was das ist, aber bin mir relativ sicher, dass es auch so ein Strukturvertrieb ist, wo ihr sehr wahrscheinlich kein Fixgehalt bekommt, wo ihr eine sehr, sehr oberflächliche Ausbildung bekommt. Das heißt, ihr bekommt hier kein Zertifikat, keine Urkunde oder sowas. Es ist also kein, in der Regel sind das hier keine IHK-Berufe. Die sind meistens optional, die man dazu machen kann. Das heißt, nicht jeder Berater, also Vermögensberater oder Versicherungsberater. In solchen freien Veranstaltungen ist IHK-zertifiziert oder so, Studien sowieso super selten. Genau, Ausbildung bei Taurus, was gibt's da? IT-Berufe, okay. Kaufmännische Berufe, okay, das hier sind Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Okay, gut, das heißt, hier wird tatsächlich ein echtes Gehalt bezahlt. Das heißt, hier reden wir nicht von diesen Strukturvertrieben, von denen ich eben gesprochen habe, wie TKIS oder Deutschvermögensberatung. Also zu dieser einzelnen Firma kann ich nichts sagen. Das ist 100% dasselbe wie TKIS, okay. Also hier, wie gesagt, wird gesagt, dass du ein Ausbildungsgehalt bekommst. Kann natürlich sein, dass nicht jeder hier so einen Ausbildungsplatz bekommt, sondern dass du irgendwie Quereinstieg als Vertriebspartner bist. Ja, das wird sehr wahrscheinlich der größte Teil sein, dass die Leute quasi freiberuflich hier anfangen. Ja, das weiß ich aber nicht genau. Genau, was halt schon TKIS, wie gesagt, also ich finde es relativ kritisch, muss ich ganz offen dazu sagen, weil es halt diesen krassen Interessenskonflikt gibt, dass hier was verkauft werden muss. Und ich sage deswegen muss, weil sonst kein Gehalt da ist, ja. Natürlich kann man auf individueller Ebene sagen, ja, ich verkaufe dieser Person jetzt nichts, weil sie keinen Bedarf hat oder so. Aber am Ende des Tages oder am Ende des Monats zumindest musst du irgendwas verkauft haben, sonst ist nämlich keine Kohle auf dem Konto. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr starker Interessenskonflikt, der einfach dafür sorgt, dass die Beratungsqualität höchstwahrscheinlich darunter leidet. Und das Produktportfolio ist eingeschränkt und das Produktportfolio ist extrem teuer. Festgehälter kriegen dort in der Regel nur welche, die von anderen Finanzbetrieben abgeworben wurden, quasi als Lockmittel, ja. Ich meine, ich kann verstehen, dass die ganze Strukturvertriebsbranche nicht Fan davon ist, was wir online machen, über das Thema ETFs aufklären, über passives Investieren, über langfristiges Wachstum am Aktienmarkt, dass wir davon abraten, irgendwelche Provisionsprodukte oder provisionsbasierten Produkte zu kaufen, wenn es denn nicht sein muss, ja, wenn eine Beratung sich einfach nicht lohnt. Wer zum Beispiel eine private Krankenversicherung, dem würde ich natürlich eine Beratung empfehlen, denn es ist ein super kompliziertes Thema, wo man Fachexpertise braucht. Aber irgendwie eine Lebensversicherung oder ETFs zu besparen über den Mantel einer Lebensversicherung ist Blödsinn. Da haben wir schon Videos zu produziert. In den meisten Fällen lohnt sich das rein aus Renditesicht nicht. Ich hatte ja schon mal ein Gespräch mit Basti von Versicherung mit Kopf, der ja selbst Versicherungsmakler ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es aus Renditesicht nicht sinnvoll ist, seine ETFs über einen Lebensversicherungsmantel zu besparen. Das ist aber ein Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Das bedeutet, wenn man wirklich sicher sein will, eine gewisse Rente bis zu seinem Lebensende zu haben, dann kann man das über solch ein Produkt machen. Das würde ich aber auch nur dann machen, wenn mein Kapitalpolster nicht groß genug ist, dass ich gewisse Schwankungen vertragen kann. Moin, bei Tauris seit einigen Monaten Vorteil bei dem Fonds ist, dass der Ausgabeaufschlag komplett wegfällt, aber die teilweise 0,5 bis 1 Prozent Provision nehmen, was ja teilweise günstiger ist. Oder? Das ist die Frage. Also was ist das für eine Provision? 0,1 bis 1 Prozent pro Jahr? Also oder einmalig auf die gesamte Vertragssumme hochgerechnet, was ja im Versicherungsbereich nicht unüblich ist. Also wenn es eine einmalige Sache ist, ist es günstiger als ein Ausgabeaufschlag von 5 Prozent in der Regel. Also bei Aktienfonds, nicht bei ETFs. Da gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Von daher, ja, aber nur zu sagen, guck mal, ich habe ein Produkt, es gibt noch viel schlechtere Produkte, ist für mich kein Argument, warum ich ein Produkt kaufen sollte, sondern das Produkt sollte mich in sich überzeugen und nicht, weil ich da irgendwas sparen kann oder sowas. Genau wie zu sagen, ich investiere jetzt in dieses Produkt, weil ich kann ja dadurch Steuern sparen. Ja, wenn ich hier als Firma, keine Ahnung, Geld einfach aus dem Fenster schmeiße und irgendwelche sinnlosen Dinge kaufe, spare ich dadurch auch Steuern, weil ich kann die ja bis zum gewissen Teil als Ausgaben geltend machen. Ob das jetzt aber eine sinnvolle Ausgabe war oder nicht, das ist damit nicht beurteilt, ja. Von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig bei so einer Argumentation. Ich würde mir das Produkt an sich anschauen, nicht, ob ich da keinen Ausgabeaufschlag bezahle oder so. Ausgabeaufschläge brauchst du sowieso nicht bezahlen. Du kannst jeden Investmentfonds einfach über die Börse kaufen und dann stellst du deinen Preis ein, den aktuellen Preis, zu dem der gehandelt wird, zahlst da keinen Ausgabeaufschlag, wenn du nicht von der Fondsgesellschaft abkaufst. Die meisten Fonds gibt es auch als Version ohne Ausgabeaufschlag. Direkt bei der Fondsgesellschaft muss man halt ein bisschen recherchieren. Das wird euch natürlich kein Berater anbieten, denn der verdient ja immer Ausgabeaufschlag. Der Ausgabeaufschlag geht in der Regel direkt an den Strukturmitarbeiter oder an den Vertrieb. Bei ETFs fällt sowas überhaupt nicht an, ja. 0,5 beziehungsweise 1%, selbst wenn es pro Jahr wäre, ist das für einen aktiv gemanagten Fonds noch relativ günstig. Bei ETFs ist das schon extrem teuer. Also Leute, werf vorsichtig bei solchen Strukturvertrieben. Wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ich meine, die haben auch jetzt derzeit keine guten Zeiten mehr, ja. Wie funktioniert so ein Strukturvertrieb? Ihr fangt dort an, dann müsst ihr Freunde anwerben, die dann für euch arbeiten und von den Provisionen, die die verdienen, bekommt ihr dann einen Teil ab. So funktioniert das mit dem Strukturvertrieb. Also jemand, der euch anwirbt, hat auch dahingehend schon einen starken Interessenskonflikt, dass er mit jedem Euro verdient, den ihr verdient, ja. Das ist Alignment of Interests nennt man das. Das bedeutet, du hast natürlich ein Interesse daran, dass dein Kollege Geld verdient und willst ihn deswegen dazu pushen, ja, im Verwandtenkreis irgendwie Produkte an den Mann oder die Frau bringt, so. Dann, wenn du dir aber eine Struktur aufbauen willst, so ein bisschen so pyramidal aufgebaut, selbst wenn man Pyramidensystem natürlich nicht sagen darf, denn Pyramidensystem ist ja illegal, bringst du neue Leute rein, bei denen du dann wiederum einen Teil von deren Provision bekommst. Das Problem an der Sache ist, also das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, aber heutzutage wirst du Schwierigkeiten haben, deine Buddies zu überzeugen, weil es so viel transparente Informationen im Internet gibt, wie zum Beispiel dieses Video, dieser Stream, wo Leute, die ein bisschen Ahnung haben und sich mit sowas schon mal beschäftigt haben, offen ihre Meinung dazu sagen können und das von diesen Gesellschaften nicht bekämpft werden kann. Das heißt, du wirst dann auch wiederum Schwierigkeiten haben, da neue Buddies ranzubekommen und das sieht man auch ganz gut, wenn man sich mal die Wachstumszahlen von neuen Beratern und so weiter anguckt. Und ich meine, ich unterstelle den Leuten auch nichts Böses. Die meisten haben nicht das Wissen, dass die Produkte, die die an den Mann, an die Frau bringen, dass die Mist sind, dass es bessere Alternativen gibt, ja. An sich hören sich diese Produkte alle gut an und hey, natürlich sind da Provisionen, da müssen ja auch Leute davon leben. Wenn man sich beraten lässt, muss man dafür auch bezahlen. Das ist wie wenn man zum Arzt geht oder so. Was ich nur verwerflich finde, ist, dass diese Kosten zwar ausgewiesen sind, aber nicht darauf hingewiesen wird. Ich würde euch einfach auf die Risiken hinweisen, die es da gibt. Extreme Interessenkonflikte, die Produktwelt ist nicht sonderlich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Mit ETFs wird einfach kein Geld verdient. Ihr müsstet Millionenbeträge an ETFs vermitteln, dass das für euch überhaupt ansatzweise interessant ist. Habt ihr mich gut der wichtigsten? Habe ich alle Fragen beantwortet zum Thema Strukturvertriebe, Tekis, Tauris und was auch immer. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Gero Cordy. Vielen Dank.